Einmal noch. Press H und geh zu den Boden. Press H und geh zu den Boden. So. Press the U key. Do you see group management? Go to the bottom and you should see the airport thing. Oh boy. Now we got like seven. So. Yeah, we got seven people. Chill. Chill. Okay, I need about... I need... Three... Yeah, three people to leave. I want to... No, Joey, don't, don't. I'm gonna teach you how to play. That's your new. What do I play? Oh, thanks. Who wants to join the Jesus Clan? There's all in the all members. Yeah. Yeah, you should join the Jesus Clan if you... If you want everyone's religion. No, I'm just conversion. I just need... Okay, perfect. Nobody left, nobody joined Airborne. I'm the one. The Jesus Clan, this is... Everyone, the Jesus Clan has infantry. Everyone, the Jesus Clan has infantry. Okay, I'm doing the rifleman, Panzer... Airborne is 101st. Yeah, come, Panzerabwehr. Okay. Okay. On me, 101st. On me. 1, 3, 0. And... You'll see a hexagon and two... Ribbons. Get to me. I'm over here. If you're in 101st Airborne. Use the hexagon. And also you can look in the chat and then find the player too. That sounds like a small kiddie. Okay, you can use your period and... Comma key to switch channels. Switch over to group channel. Everyone, the Jesus Clan is still open to members. Yes. You're prepared to be baptized, brother. Follow me. Okay. Bin ich mal gespannt. So. Nebs. Was ist mit dir? Da hab ich natürlich schon mal einen ausgesucht, der wo... Ja. Oh. Wie es ein AFK ist. Na dann. Ach, ja. I'm trying to get my 101st boys over here. Get 101st. Get up against the wall. You'll... You'll be recognized by a hexagon. For each other. If you do not see said... Hexagon. Go away. You're probably in Jesus. Jesus Clan or whatever it's saying is. Groom. Get up against the wall. I just need 101st to line up at the wall. Please. Anybody who's not 101st. Go away. Go away. Oh. Okay, so what we're doing here. What are you doing, SS? I shoot the bird. There is no birds. You're delusional. Three. Follow back. Yo, Garrett. Are we going to be dropping in behind them? Or... Just like everybody else. In front. Uh, you guys will be dropping behind me. Holy shit. Okay, please be quiet for one second. Alright, you guys will be dropping in behind the lines. It's taking out a QRF behind the beachhead. Grid one, four, three. One, three, zero. Ready for orders. Two, two, three. To, two, 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 two. To, two, 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 two. Da bin ich mal gespannt, wie sich das hier verhält. Briefing? Gibt's noch nix. Team. Naps. Is mein Vorgesetzter. Bei mir ist noch der Migo. Okay. Ich habe jetzt mich extra abgestellt mit dem Mikrofon. Es ist aufgestiegen. Game-Moderator, okay. Dann können sie wieder spielen. Oh Gott, ich will einen kleinen Kiddich spielen, na dann. Hallo, Kind. Hallo. Wie alt bist du heute? Nein, die Kiddich sind wieder am Start. Yo, stop firing. Cease fire. Oh mein Gott. Stop throwing grenades. We're not in combat. Jesus. Yo, calm down. It's just a game. Oh man, das wird was. Super toll. Super toll. Oh man. Ja, er wurde gekickt. Sehr schön. Das sind mal die richtigen Leute. Wow. Naja, ich sehe eh nur Rauchgranaten. Absolut schlimm. Das ist hier noch was. Die, 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 die. Habe ich ihn überhaupt an Bord? Hm. Okay, ein Titaner-Raketenwerfer ist klar, aber nur ein Schuss? Was? Ein Schuss? Das ist ein bisschen mies. Das ist ein bisschen mies. Hallo, Leute. Ach, ja. Ja, das, sage ich mal, hier der, ähm... Ja gut, okay, er macht jetzt die Mission fertig für Zeus selber. Gibt uns jetzt da bestimmte Missionsziele. Die wir erledigen müssen. Und, ähm, der, sage ich mal, der Zeus-Gott, äh, kann hierherzeit noch Einheiten erstellen, wenn wir irgendwo im Gefecht sind. Ähm, das ist eigentlich schon das Coole an Zeus. Es macht richtig viel, viel Spaß. Und, besonders auch, ja, mit solchen, äh, mit solchen, äh, mit solchen Pappenheimer. Äh, das ist eigentlich gut drüber. Das ist die Frage, wieso kann ich meine Waffe nicht auswählen? Wieso kann ich meine Waffe nicht auswählen? Das ist doch... Ich verstehe ich jetzt nicht. Äh, if you are assaulting by, ähm, boat, you'll head to the docks and you'll be assaulting beachhead 1, 2, and 3. Okay. Enemy of Earth, Airborne drop in here, okay. Also, wir müssen, äh, mit, äh, Booten wahrscheinlich rüber. Wahrscheinlich erstmal da hinten in die Stadt hinein. Also, hier oder hier, ähm, einlanden. Vielleicht auch ganz außenrum im Auto, wer weiß. Ach ja. Ja. Versorgeln wir ihn erstmal. We're out there in 30 seconds, you'll be killed. You guys, guys over here, follow me. Over here. All infantry, follow me. Right now. Come on. Let's go. Ähm. I think we have arsenal. Ja, und wohin? Wer ist das? Oh, Boote. Let's go. Oh, Boote. Sehr schön. Sehr schön, Boote. Ich will drive. Nein, wie gesagt, ähm, das heißt, er stellt jetzt in die Boote alles, was wir dort hinten hinkommen. Hey, Alpha-11, komm mal, wenn du dich weißt, komm mal. Bin ich mal gespannt. Und? Everyone will be taking a ghost talk. Once you are above the, you know, designated drops out, you will jump out. We're all going to be a pilot. I'll pilot. So. Okay. Get in here. Don't get in. Don't. Everyone get in. Get out of the pilot, see you have the heli, dude. Okay. Let's go ahead. Let's go ahead. All right, let's roll out. Tja, er ist ausgestiegen. Okay? Ich dachte, früher konnte man immer auf den Booten noch rausschießen. Ich weiß es jetzt ja nicht mehr. Wait, wait. You're dead, guys. Why am I just hovering? What is happening? Yeah, okay. Man konnte noch schießen. Was am Boden noch raus? We still have one that had a parachute. It's all right. There's no one from the chopper. Everybody load in. Everybody in. Browsing. Can you move back a little bit? Oh. And you killed me. Now I can jump. Get in the ship. Jetzt los. Los geht's los. Give me a second. Ah, where am I going? Na gut, ich kann jetzt ja keine... Ja, er ist eigentlich der Gruppenführer. Ich hatte gesagt, ich wäre hier in Apelos eingebundet. Und dann hätte ich mich da rüber schlagen. Juhu. Oh, shit. Oh, mein Gott. What the fuck? All right, everyone, get ready. Redstone, please. Let's go. Oh, man. When I say jump, you all jump. Kampfboot, okay. Ah, schaut, dass man hier die Namen nicht sieht. So. Puh, I would burwosing, okay. So, jetzt müssen wir warten. Du bist der Gruppenführer, du musst entscheiden. Jump, 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 jump. Eject, eject, eject. Eject. Oh, man, 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 man. Das wird was. Special difficulties. I'm gonna do it. We have special difficulties, Garrett. Du fährst nun lang. They weren't shit. You shouldn't be getting there. Before you guys. There's a guide to our... Garrett, my purse, my purse is in the way. Sorry. Goodbye. Sponsor will be on the way. Wo fahre die denn hin? My purse is on the ground. You guys need to be assaulting that beachhead right now. Oder hier auf die kleine Insel. Eins von beiden. Naja. Lassen wir uns mal überraschen. Oh, wait. We actually do have a good one. I'm gonna markle for where we're going on that. Yeah. So. Have fun, infantry. Oh, ist doch scheiße laut. Ist doch noch ein bisschen laut. Naja. So. Hoffentlich macht es uns nicht so leicht. Weil die Leute, die sowas erstellen, die sind meistens richtige... Naja. Richtig Assis. Ja. Ich glaub... Ja, doch. Also ich wäre hier eingewandert. Weil hier hat er wahrscheinlich schon die ersten Feinde aufgestellt, die uns beschießen. Hier sind... Okay. Irgendwelche Wegmarkierer. Ah, der Weg ist schon... Der Weg ist relativ weit. Naja. Tja, Joey wurde getötet. Okay. Die ersten Todesfälle. Ich hab schon lange keinen Arma 3 mehr gespielt. Ja, ne, ganz schön. Ah. Jetzt will ich mal gucken. Steuerung. Äh... Tastatur. Multiplayer. Chat. Äh... Don't you love the realistic movies of this? Frostware. Ah, feststellt. Hast du, okay. Does that mortify your... Fun way over? Nothing. Oh. Okay. You guys, I can see the beach. Ja. Go, go, go. Go, we're home. SS, return to attack the QRF, that is not your mission, turn around, or you will be zapped. Hey. All infantry, go to, uh, all infantry, go to, uh, side channel. All ground infantry, go to side channel. Where is my infantry? Hey, what happened to SS? Hey, what happened to SS? What happened to SS? What happened to SS? Hey, what happened to SS? Hey. 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 What happened to SS? Yeah. No, other solution. Wait, has it been. Hey? Hey. Hey, dude. Never mind, have it been. Come on defense. Hey. Oh, ernsthaft? Wait, what happened? Hä? Jeder wurde getötet? What? Dude, where are we going? I'm fucking dead. Wieso sind alle, alle tot? Wifelman, komm, ich schuld mir. B-b-b-b-b-b-b-b Holy shit, all the boats got wrecked. Details? Ah. Okay, respawn. Guys, I'm stuck in a boat. I'm stuck in a boat. It's just moving. So. God, where are they? Yo, Garrett, can we get a respawn point where we landed? I'm stuck in a boat. It's flipping around. I don't have nowhere to spawn. Guys, respawn hit. That's me, respawn hit me. We are under the head. Yeah. Only Parrot infantry was supposed to spawn at the QRF, but I guess not. People don't listen. Since I killed him... Woah, that's not gonna happen. That's not gonna happen. I sat down to go. Where, where did he go? Where did he go? That's a heddy. That's a heddy. Let's Quantise. Is Midgo fading away? Of course, hit so hard on that one. Two, one, two, three. One, one, five. It was eight, v53, four. Hier liegt er. Hier liegt er. Hier ist meine tolle Waffe. Egal. Das war ein Headdy. Ach du Scheiße. Puh. Boah, was macht der da? Alter, what the fuck? Was machen die denn da? Hä? Was? Was machen die denn da? Oh, okay. We just decided to spawn back there. Hey! Oh, let me go inside chat. Hey! Infantry! You're supposed to be on the beachhead. Not with para-infantry. We're trying to do our job. You do your job. Well, I'm sorry, but we all got shot down immediately. Yeah, but I told you to wait. I tried to spawn the other ones, but they just kept on getting shot down. Ich bin schon am Arsch. Okay, hey, hey, see us now. Ja, der ist weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sag ja, die, äh, die Zeus, äh, könnte aber sind richtige Assis manchmal. Ich sag ja mal. Shit, ey. Why are those paratroopers, äh, hostile? Shit. Okay, copy that. Shit. Ja, das war die Schien noch an... Äh, bei Stien noch angeschrieben, äh, äh, bei, äh, Skype. Shit, ey. Also, wa-was macht ihr da? Ja, malerweise, ähm, äh, auf Fallschirmspringer zählen, das ist meistens ein bisschen... ...easy auf. Na? Jetzt hab ich ausgereicht, dann muss ich nachladen, ey. Leck mich da und packen. So, der nächste, bitte. Shit, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird nochmal lustig. Die richtigen Arschlöcher von Zeus sind wieder am Werk. So. Erstmal kurz mal bei Skype nachschauen. Man, one and a half Flicks, South East. Ah, man, 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 man. I'm back. Hm. Mark, I gave you a little present. Ich muss dann zurückschreiben. Mann, du schießt mir im Weg. Ja? Hat er uns hier die Sachen ngert worden? Ach, scheiße, ich hab die 20mm. Okay. ok erstmal schön in den Gebüsch alles reinschießen so und ja der ist weg das muss ich nachladen ok dann lad mal bitte schön nach so ok ich wollte schon die Plus-Taste drücken für die Aufnahme zu beenden 8888888 ne 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 also geesegte infantry not wait paratroopers are trying to do the jobs and we have 15 other groups geesegte 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 so wie viele Leute sind wir denn? der Rest? ja 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 boi ja hm hm so ok ich steig mal hier aus ach hier wird sie hier rechtschöne aufgebaut ne jedem du Lot ok das wird ein defensespiel ok Habe ich ihn oder habe ich ihn nicht? Konnte man nicht schon mal damals noch sein Zweifel noch aufschlagen. Jetzt habe ich ihn. Wer ist tot, okay. Hey. If in tree at the QRF points, please get out. You're supposed to be assaulting the beachhead, not here. This is our job. Der ist doch schon tot. Joey, how you doing down there? Hey, uh, if you guys look behind you, there is a new building. Can the guys hear me? Oh, shit. Damn, infantry actually hit it. Fuck, infantry. If I would have known. Was macht ihr da? Okay, my... Okay, this is clear. Am liebsten würde ich das am besten mit Leuten spielen, mit meiner Sprachausgabe, in Deutsch. Aber ich bin auch überlegen, ob ich soll mir nicht noch Squad kaufen, ja. Das gibt es auch bei Steam. Für, ich weiß gar nicht, 36 Euro, 37 Euro, keine Ahnung. Hat mir eigentlich auch recht gut gefallen. Da habe ich mir auch schon das eine oder andere Let's Playchen angeschaut. Und da mit den richtigen Leuten unterwegs zu sein, das würde dann schon richtig viel Spaß machen. Also da bin ich mir echt mal überlegen, ob ich mir das auch zulegen werde. Mir einen, äh, einen Squad suche, beziehungsweise mich irgendwo bewerbe. Was macht... Hä, was macht der da hinten? Ja, Moment. Der ist doch rot. Aber, ja. Da bin ich mir am überlegen, ob ich mir das, ähm... Ich werde zulegen werde. So, wo ist denn hier mein Gruppführer? Gero, wir haben noch mehr Hostiles in unserer Position, in der QR-F-F? Oder was auch immer das heißt. So. Yes. Worsi. Tony. Copy that. Feuerschutz nach hinten. So, aber wie komme ich denn hier rauf? Ja, aber wie gesagt, äh, ich bin mir echt im Überlegen, ob ich mir noch Squad holen soll. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Auch wenn die Grafik nicht so berauschend ist. Aber. Aber. Ähm. Da ist wirklich, äh, Team-Taktik gefragt, ja. Das würde mir schon recht sehr, sehr viel Spaß machen. Ach, da hinten sind sie doch. Ähm, Leiter hochkrabbeln, ja, das ist meistens immer so, Leiter hochsteigen. Das ist meistens immer ein bisschen tricky hier. Ach, ja. Ach Gott, hier sind sie da. Dann gar leck mich am Backen. Ja, da hat er mich erwischt. Gut, aber dann würde ich sagen, was ist gewesen mit dieser kleinen Folge? Ich werde mir wahrscheinlich noch die Kampagne ein bisschen anspielen und dann, ähm, da auch ein kleines, ja, ein kleines Spielschöpfe zwischendurch bringen. Jo, gut, alles klar. Bis dann, tschüss.